... ... ... Am besten Abend waren wir mit 70 Autoren im Kino, denn wir gehen von Zeit zu Zeit in kulturell wertvolle Filme, um auf dem Laufenden zu bleiben. Was hat der internationale Kinomarkt uns zu bieten und welchen Film haben wir gesehen? Hannibal. Hannibal, haben Sie ihn schon gesehen meine Damen und Herren? Hannibal, er soll ja so grausam sein. Und was soll man sagen? Wir waren enttäuscht von diesem Film. Wir haben alle das Buch gelesen.